In der roten Ecke Predrag Kovacevic, sein Gegner in der blauen Ecke, er ist aus Serbien, ist 21 Jahre alt, 1,75 groß, wiegt 67 Kilogramm, er hat bisher vier Kämpfe bestritten. Wir rufen in die blaue Ecke, Michailo Reitsch. Ladies and gentlemen, unser Blue Corner, Michailo Reitsch. Rund Nr. 1. Rund Nr. 2. Korrazu, Korrazu, Korrazu. Druži, levi i desni. Glatni, glatni. Dađaj, dađaj. Jače bratna, Unie, da. Jače. Jače. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.